Aber, also, also meiner hat halt so eine gefühlte zwei Meter Luftgitarre in der Hand. Nee, ich will einfach nur sagen, gehen Sie doch links. Also, um auf die Fresse zu hauen, geht's doch da, okay? Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu PAUNCH! Maxim hat dieses wundervolle Spiel gefunden. Es geht los. Und es geht einfach los, würde ich sagen. Es ist free-to-play, by the way. Es ist free-to-play, auf Steam. Und man haut sich einfach nur aufs Maul. Oh, es geht los. Aber wir wissen nicht, wie was geht. Nein, nein, es ist trocken... Oh, ich komme aus dem Stein. Alter, ich bin da ver-exploded. Okay. Aber kannst du was drücken? Ich kann Maustaste drücken. Aber die Sache kann man auch aufnehmen hier offensichtlich. F? Die F. Maxim, ich habe einen Stein. Warte, ich brauche auch F. Oh nein, der macht eine richtige Rolle. Wie, warte mal, wie werfe ich den? Oh mein Gott! Das ist eigentlich klar, das F. Warte mal. Aber wieso kannst du punchen? Falscher Weg. Achso, man darf nicht aus diesem Stein... Nein, man darf nicht aus dem Stein ringen. Shit. Guck mal hier, F. Und dann mit... Oh, du hast zwei! Oh! Ja, bester Spieler, R1-0! Alter, du hast mich gef... F? Schau mal hier. BOM! Wo bist du? Du bist da. Darf ich wieder gespott. Double F. Wuh! 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 Oh, das war schlecht. Weil ich gut bin. Wuh! Oh! Wuh! 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 Ich muss die auch mal treffen. Ich muss ein Double F machen. So! Scheiße. Ja. Wuh! 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 Wo wirfst du die? Warte mal, hast mich grad so geschlagen. Ja. Aber wie? Ja, aber... Oh! Du hast mich gebrochen. Ich hab so einen Eins mit dem Stern gestorben. Aber das ist... Ich hab das Gefühl, die Tiefe des Spiels... Die Tiefe geht auf jeden Fall. Ich versuch halt wirklich auf dich zu zählen. Oh! Das war actually close-own. Jetzt auf den Mund. Okay, ich leg auf den Mund. Okay, wir laufen jetzt einfach mal nur gegeneinander, okay? Mal gucken. Nicht drücken. Okay. Die haben sich kurz gebatscht, ne? Dein Blick ist einfach so... Ich hab gewonnen. Guck mal hier. Ich bin der Caller, ich bin auch dabei. Ich bin der Caller und ich drück jetzt F. Gibt's denn ein nächstes Level? Ich mein, ist es jetzt so, ich hab zwei Punkte, du hast drei, ne? Ja. Du hast wahrscheinlich einfach gewonnen. Aber ich würde mich freuen, wenn es einfach nächste Runde mehr gibt. Als Steine. Oh, nach 30 Sekunden verbleiben. Ich weiß auch noch nicht, was passiert. Also, ich muss auch dazu sagen, ich hab im Trailer auch noch Steine gesehen. Alter, hast du gesehen, wie ich das mache? Ich bin vielleicht einer der besten Pound-Spieler der Welt, Alter. Ich muss hier nochmal... Oh! Der war close. Der war close. Ich hab die Explosion gespürt. Ja, ja. Unentschieden! Unentschieden, Alter. Unentschieden, ey, Junges. Unentschieden. Aber die Frage ist... Ich mein, jetzt haben wir nur dieses... Gibt's vielleicht nur diese Steine, Alter? Das kostet 5 Euro? Nee. Das kostet 10 Euro! Was kriegt man denn da? Emotionen, wütend. Haben Körperdetails, Bandagen. Ich hab Emotionen nur fröhlich. Unzufrieden. Oh shit, oh shit. Alter, Alter. Zwei Steine! Alter, wie du wirfst. Es geht! Oh! Was war das? Junge, ich bin der beste Pound-Spieler. Gönn! Gönn? Du kannst mich nicht gönnen. Oh! Äh! Ich versteh das Spiel. Null. Ich hab... Ich hab das... Oh! Oh, am Hals! Ja, Junge, ich hab das runtergezogen. Ich hab das Gefühl, man kann nicht zielen. Doch, doch. Dir so, guck. Ach so! Fickt. Ja, du hast die Maus. Kannst du so machen und bam. So! Oh, das war so close! Aber du musst so werfen. Und dann... Oh, scheiße. Alter, wenn du noch einmal falscher Weg sagst... Alter, kennst du Yukosuna, Alter? Wrestling! Oh! Stark! Mein Ass, Alter. Ha! Mein Ass! Dein Ass! Oh, ich fang den gleich. Komm, wir spielen ein bisschen Tennis. Du fangst mein Ass? Spielt man so Tennis? Lalalalalalalala... Polly! Ja! Oh, scheiße! Sterne, Junge. Mein Ass! Oh! Unentschieden! Wieso ich wieder unentschieden? Ich hab dich überhaupt gestillt! Schon wieder. Boah, hier, wie stark! Guck mal, ein Stein in Sphinx! Guck mal, das ist Fanart! No! This game saved my life! Es fällt mir schon mal gut an! Und der ist 27! Also... Ich denke, besseres Review wirst du keinem Game finden! Er hat einfach sein Leben. I am 27. My Ex-wife and I have a daughter together and adopted our son together. They are now both... You are sold. Okay, yeah, good. Also... Hä? I don't get it. I think this game is really great fun and I am looking forward to updates. Ach, da gibt's Updates. Control sucks. Landscape sucks. Menu sucks. Animation sucks. How to win! Er hat's schön guide gemacht. Ja, also wie ich sehe... Ähm... Ist ein geiles Game. Ist ein geiles Game. Also... Lad's euch alle runter. Das ist so? Hähn... Das ist so. Das ist so. Oh, das ist so. Das ist so. Ist das so. Ich schlafe. Ich fühle mich, dass ich das nicht seines Game finden kann. Ich weiß, was ich schlafe. Ich schlafe. Wir. Ich schlafe. Ich will es hier über die Möglichkeit. Ich habe mich nicht viel mehr.